hallo freunde und willkommen zu einem neuen video sorry dass längere zeit kein richtiges video mehr kam jetzt machen wir ein reaktions video schaffst du es die marken zu erraten und heute sogar mit theresa mal wieder kannst starten mach mal kurz stopp kannst weiter bitte redbull japan redbull natürlich roter japan bull zehn jahre später red fox ne firefox firefox ganz eindeutig man muss eigentlich einfach nur die sachen lesen und dann auf die sprache da ist eine fliege hast du es erraten es ist der zweit meistgenutzte webwarter nutella firefox firefox zählt auch da waren nur feuer und fuchs äh nutella nutella way of life weg des lebens eigentlich kann gefühlt jeder englisch aushängig super gut darf ich nicht 7 up das getränk 7 up ja stimmt es dauert wieder ewig halten hast du es erwarten ist die erfrischung ja 7 up 7 up ich Peppa Paul gefühlt ehrlich nach 7 up 7 up 8 uhr uhr 8 7 8 9 10 9 10 9 9 10 10 10 11 11 Dunkin Donuts. Ich will auch unbedingt mal hin. Es gibt Dunkin Donuts. Ja, Dunkin Donuts. Heißt ja auch Dunkin Donuts. Ja, egal. Wenn das das überhaupt ist. Ich weiß es ja gar nicht. Yes. Kommt das aus Amerika? Ja. Ist das in Amerika? Auch in Deutschland. Hello Kitty. Hello Kitty. Heißt, es ist easy. Easy. Einmal kurz noch ein bisschen ranzoomen. Hast du zu erwarten? Ist es die japanische Spielzeugfrage? Hello Kitty. Japanische? Okay. Wie sieht es mit dieser Mann drauf? Äh. Tesla. Paul, du bist hier auch so Experte. Tesla, natürlich. Wer kennt das bitte nicht? Äh, ich. Hast du zu erwarten? Ist der Elektroautohersteller Tesla. Tesla. Ich kenne es. Ich hätte es jetzt nicht erwarten. Welcher Mark ist diesmal gewesen? Starschuhe oder sowas. Wie? Du musst dich mit Schuhen auskennen. Ich habe nicht. Starschuhe. Starschuhe. Und gleich so, wenn wir es rausfinden. Starschuhe. Hast du zu erwarten? Das kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Wer kennt sie? Berühmt wahrscheinlich. Sagt sie sich bitte. Einfach, wow. Das Video war von Sonnenseite. Könnte ich gerne auch noch ein Abo dalassen. Ist ein echt geiler Kanal. Hier könnt ihr natürlich auch ein Like und ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Ja. Und das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Nächstes Video kommt dieses Video. Mach nochmal hoch. Ja, genau das da. Ja. Welche Mark ist das? Ciao.